Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ich möchte euch nur ganz kurz eine Ankündigung aufs Auge drücken und zwar gibt es gleich um 21 Uhr auf Ninis Chaos Channel Link ist in der Beschreibung Sorry, aber so Hörte sich bestimmt ganz toll an, ich hätte fast gerülpst, aber irgendwie habe ich den runtergedrückt Keine Ahnung, ist jetzt uninteressant Professionalität Und zwar geht es um 21 Uhr los auf ihrem Channel mit einem Livestream zum Spiel OMSI 2 mit dem Aachen Add-on Das finde ich übrigens sehr cool Und ja, ich freue mich zu sehen, wie sie Aachen nachgebaut haben Wir beide freuen uns, weil wir noch nicht reingeschaut haben Und ihr könnt gerne dabei sein, einfach Link in der Beschreibung klicken Abonnieren, nicht vergessen, damit ihr auch die Benachrichtigungen bekommt Und ja, 21 Uhr geht es dann los Bis gleich, Leute